Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei 3.2 Angriff der Goblins. Und wir sind immer noch in der Wolkenstadt unterwegs, wie, keine Ahnung, irgendwie immer merkwürdiger wird. Und hier haben wir schon wieder Blitze, die ins Wasser gehen, was ich nicht so toll finde. Oh, das hier ist ein ziemlich zerbrechlicher Turm, ne? Oh, da war ein Goblin drin. Hm. Okay, du musst wohl die Prisma-Spule hier aufladen. Aua, aua. So, jetzt hat das Ganze funktioniert. Oh, den getötet. Irgendwie jetzt weiter. Nein, falsch. Definitiv, nicht prächtig. So, einmal wieder, wir leben, bitte. Danke. So, starten wir denn mal wieder ein paar Tisten. Und ja, ich bin viel zu faul, jetzt die ganze Erfahrung hier zu sammeln. Wofür brauchen wir ja eh nicht. So, jetzt können wir Goblins wegsperren. Aua. Vorausgesetzt, die Würms lassen uns. In Ruhe. So. Aua. Das war nicht so. Gut, so. Ja, wie krieg ich die jetzt da weg? Nein, vorhin mit einer Kiste kompaktieren, bringt nichts. Doch. Da, genau. Frisst die Kiste. Und stirbt. Okay, diese Tester kann man hier sehen. Interessant aus. Okay, ich kann mir schon vorstellen, wie das hier funktionieren soll. So. Ah, ja, genau. So. Du willst ins Wasser, das ist gut. Nee, halt, ich weiß, glaube ich, wie das hier nicht soll. So, nämlich. So. Und so. So. Äh. Zu spät, Mist. Mist. Du machst dich da drauf nicht gut und fests drunter, genau. So. Haha. Das lebe die Metallmagnetisierung. Oh, neues Luftschäffchen. Das war sogar... Jetzt geht es voran. Ganz hat das Luftschiff. Wo ist bloß dieser Kobold? Oh, und jetzt? Oh, das sieht heftig aus. Ach, bitte nicht schon wieder eine Schmiede in so eine Lava-Insel oder sowas in der Art. Okay, jetzt werden wir beschossen. Ich hasse Flugreisen. Kann ich mir vorstellen. Ein plötzlicher Angriff hatte unsere Helden vom Himmel stürzen lassen. Sie klammerten sich an die Flugmaschine, die auf den Boden zuraste, wo die bösen Kobolde schon lauerten. Ja, ich glaube, wir sind in der Kobold-Festung angekommen. Ja, ich glaube, wir sind in der Kobold-Festung angekommen. Äh, Boss-Fight-Time oder wie? Ja, Boss-Fight-Time. Wow, Flammenschwund, hä? Okay, wenn ich das richtig sehe, müssen wir jedes Ding zweimal treffen. So, Drachenstunde ist ab. Das wird in der nächsten Version gefixt. Jetzt kommt wieder die Kreissäge. Jetzt wieder die Kanone. Au, au. Wieder die Kreissäge. Weg mit der Kreissäge. Weg mit der Kanone. Weg mit der Kanone. Nein, jetzt kommt er selber raus, hä? Oh, nein. Oh, ich will da hoch. Ja, jetzt könnte ich mich fertig machen, oder? Los, verhau ihn. So, Mist. Ja, das stimmt allerdings. Okay, jetzt wurde gerade auch jetzt eine Bahn habe ich gerade dort. Ist wiederum schlecht. Äh, auf, ab dem war meine Plattform zu zersprallen. Das mag ich nicht. Ich komme nicht mehr an die Heilkugel an. Eine Kiste auf ihn draufschmeißen. Und da auch. Da kommt's, wird er nicht. Level neu starten? Ein plötzlicher Angriff hatte unsere Helden vom Himmel stürzen. Okay, versuchen wir ihn nochmal. Achso, das sind die falschen Pfeile. So, ein Treff noch weg. Jetzt kommt der Flammenschwund. Jetzt kommt der Flammenschwund. Der kann es da unten nicht treffen. Jetzt kommt wieder die Kanone. Okay, jetzt wollte er uns gerade zerfetschen. Treffer auf die Kreissäge. Mhm. Wieder die Kanone. Weg mit der Kanone schon mal. Das wird in der nächsten Version gefixt. Oh, da oben werden wir jetzt gestaffelt. So. Aua. Jedes gute Projekt muss vor der Fertigstellung getestet werden. Da hat er recht. Aber das ist kein gutes Projekt. Das ist eine Höllenmaschine. Kreissäge. Kreissäge. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen dich vernichten. Na komm, Spuckfeuer. Genau. Wir versuchen noch die Kreissäge weg. Ja, wenn du so feifeln machst, können wir die gleich besiegen. Und weg ist er. Hey, wir haben den Oberkobold besiegt. Und seine Höllenmaschine. Und seine Höllenmaschine. Und da ist der Sack. Weezes Kobold-Sherring hat nicht gewagt, sich Margaret zu nähern. Warum, so fragt man sich. Ich kann es nicht fassen. Margaret, bist du da drin? Liebling. Sie sieht genau aus wie diese Kobold-Kunstwerke, die wir überall gesehen haben. Ist sie jetzt eine Kobold-Heilige? Heilige Haustrachen? Seht nach oben. Das Licht kommt nicht vom Himmel. Trine, du warst all die Zeit hier. Hast Margaret beschützt. Nie wieder rede ich schlecht von dir. Und so waren Amadeus und Margaret wieder vereint. Der Anführer der Kobold-Armee war besiegt und es galt nur noch, sich endlich auszuholen. Gehen wir heim. Mein Magen hat so geknurrt, ich konnte die Schlachtgeräusche kaum hören. Und ich will fort, ehe uns ein weiteres Abenteuer heimsucht. Ich trau mich nicht, den Sack zu öffnen. Lass mich auf! So nimmt sie ihr Ende, unsere Kobold-Geschicht. Die Gefahr ist gebannt, die Gemahlen befreit. Mehr zu berichten gibt es nicht. Drum ist für uns alle nun Schlafenszeit. Super. Ja, 2 in 2 Complete Story. Wir haben also auch das Add-On jetzt abgeschlossen. Hm. Äh. Und ja, da sind nochmal alle Kobold-Gegner. Der Bogenschütze. Ja, ich muss ehrlich sagen, zum Schluss hin war das ein richtig sadistisches Spiel. Also da ein Haufen Erfahrungen, an die man nicht richtig rankommt, außer man bastelt hier rum. Also das war definitiv nichts für ein Let's Play, weil man da wirklich in Ruhe überlegen muss. Und das wäre dann wahrscheinlich langweilig geworden. Um mich da für 3 Minuten grübelnd zu sehen, wie ich da am besten an die ganze Erfahrung rankomme. Ne, ich denke es ist schon so gut, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich bin ja durchgekommen, auch durch das Add-On jetzt. Das heißt, Goblin Menace auf Englisch, der Originaltitel vom Add-On übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ich habe das ganze Jahr immer Angriff der Goblins genannt. Nun, noch zum Abschluss danke ich euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr dann bei meinen anderen Hauptprojekten dabei seid. Das Add-On hier sollte ja nur ein kleines Nebenprojekt sein. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Und jetzt warten wir noch, bis die Credits abgelaufen sind. Und jetzt, bis die Credits abgelaufen sind. Musik Schönes Credits Lied übrigens Besonderes Dank für Energy Drinks und Air Condition Und für ein Selbstmordschwein Okay die Credits sind auch ganz toll Schräg Ja 2 in 2 Lustiges Spiel Und wir sind wieder beim Anfang der Credits Okay 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 Okay